Das war die Webseite, die ich noch hatte, weil es auch vom FBI beschlagnahmt wurde. Ich habe das Gefühl, wenn man eine Schwachstelle entdeckt, wird sich nie ändern. Es bleibt immer ein Gefühl von Euphorie und Adrenalin. Einerseits hat es aufgezeigt, wie wirklich krass die Überwachung ist und was alles überwacht wird. In den Schulen, die in den USA alle voll mit Überwachungskameras sind. In den Spitälen und so, wo man Intensivstationen filmt. Und dass man das mal aufzeigen kann und auch aufzeigen, dass es auch nicht mal sicher gemacht wird, wenn es ja schon gemacht wird. ...hackers have infiltrated thousands of internet-connected security cameras... ...hacker activist group... ...Till Cotman... ...Tilly Cotman, part of a group of hackers... ...police interrogation rooms. So, you know, the consequences that... ...Rakata could face... ...and security and a patient appearing to have a medical episode. ...and the vibrators in vets. ...and he has records with us. ...and it's in some cases able to capture audio as well. . Warum haben Sie das gemacht? Aus aktivistischen Gründen. Weil das Daten, die öffentlich sind und auf öffentlichem Interesse sind. Was man gerade bei Verkada gut sieht hat, wie es von den Medien aufgenommen wurde, ist ein sehr wichtiges Thema. Obwohl Ihnen bewusst war, dass das illegal ist und dass Sie dafür bestraft werden? Das ist schlussendlich etwas, wo wir bei Aktivismus jemmer eingehen. Es geht mehr darum, aufzuzeigen, was richtig ist und was falsch ist. Es gibt Sachen, die legal sind, die nicht moralisch sind und Sachen, die illegal sind und die moralisch sind. SWISS TXT AG NDR 2021 SWISS TXT AG NDR 2021 SWISS TXT AG NDR 2021 Richtig, dass wir die Gemeinschaft hinter uns die Stimme überwunden haben. SWISS TXT AG NDR 2021 SWISS TXT AG NDR 2021 SWISS TXT AG NDR 2021 W W NDR 2021 SWISS TXT AG NDR 2021 SWISS TXT AG NDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020